Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 29. Mai und ich muss jetzt nochmal berichten, was hier alles so im Garten los ist. Also mit Tieren. Wenn man hier so sitzt, kann man doch einiges beobachten. Das erste, was ich gesehen habe, konnte ich leider nicht filmen. Das ging so schnell, ich hatte nichts griffbereit. Das war ein Buntspecht. Ich saß hier und dann merke ich so ein bisschen Aufregung mit Vögeln. Und dann guckte ich so, weil ich immer denke, die Katze ist jetzt hier wieder, aber die hat noch keinen Jungvogel gefangen. Also davon hinterlässt Reste. Das sehe ich nicht. Dann sehe ich da einen Buntspecht am Boden, der so auf den Boden einhackt. Und ich habe mich schon gewundert, weil ich dachte, das kenne ich ja nur von Grünspechten. Die Buntspechte sitzen ja immer nur an den Baumstämmen. Hier habe ich ja zwei tote Weiden und holen eigentlich die Rinde so nach und nach runter und holen sich da Larven raus. Dann habe ich mal genauer hingesehen und dann habe ich gesehen, dass der auf so eine kleine Meise einhackt. Also ich habe das richtig gesehen, dieses Köpfchen, diese Färbung, diese Bäckchen, die sie haben. Sie haben ja diese weißen Bäckchen. Und dachte, das gibt es doch gar nicht. Der hat jetzt einen Jungvogel gefangen anscheinend. Und dann sind auch die Gartenrotschwänze, weil er saß unter dem Häuschen von den Gartenrotschwänzen, sind ja so Scheinangriffe geflogen. Aber das war schon eine Meise, kein Gartenrotschwanz, den der hatte. Und dann hat er den in den Schnabel genommen und ist weggeflogen mit der Meise in den Schnabel. Und ich bin sicher, das war kein erwachsener Vogel, das war ein Jungvogel, obwohl der schon die ausgewachsene Färbung hatte. Und die sind auch zu dem Zeitpunkt noch nicht Pflücke gewesen. Das war ungefähr vor einer Woche. Und dann habe ich mal gegoogelt und habe also gelesen, tatsächlich, die wenden auch ganz schlaue Tricks an, weil mir war nicht klar, wie sich ein Buntspecht, ein Jungvogel aus dem Häuschen holen kann, aus der Nisthöhle. Und da war das recht gut beschrieben. Die nehmen eine Larve, die sie normalerweise selbst fressen, die sie unter der Rinde herausgeholt haben, gehen an die Bruthöhle, also wie die Eltern auch, die können sich da ja auch gut festkrallen an diesen Bruthöhlen und halten da die Made hin. Und dann kommen die Kleinen, die schon recht groß sind, das habe ich auch gesehen, die Eltern fliegen oft schon gar nicht mehr rein, die stecken schon ihre Köpfchen raus und nehmen das Futter entgegen. Und dann machen die das auch und dann schnappt er es zu und zieht die raus. Ob der das jetzt auch so gemacht hat, weiß ich nicht, habe ich ja nicht gesehen, wie der jetzt diesen kleinen Vogel gefangen hat. Aber so, ja, man lernt nie aus. So habe ich jetzt auch wieder was dazugelernt. Also es gibt doch viele, die Jungvögel fressen. Wie gesagt, die Katze hinterlässt immer Spuren. Also da finde ich, wenn eine Katze hier einen Jungvogel gefangen hat, finde ich Reste. Habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Also die Katzen sind bei weitem nicht die hauptsächlichen Jungvögeljäger. Also auch Krähen, Elstern, ja, Krähen sind vielleicht ein bisschen behäbig und zu schwer bei Elstern und auf alle Fälle Eichelheere auch und übrigens auch Eichhörnchen. Der zweite Vorfall war Maulwurf. Ich habe ja hier ganz viele Maulwurfhügel. Und ich sitze hier und auf einmal sehe ich, wie die Katze da an einem Maulwurf den Hügel, den ich gerade wieder zugemacht hatte, wie da Bewegung ist. Da ist also wieder da was hochgestoßen worden und wie sie da in lauer Haltung sitzt. Und da muss wohl in dem Moment das Loch aufgegangen sein. Sie ist richtig mit der Pfote rein und hat den Maulwurf rausgeholt. Dann bin ich hin und das zeige ich jetzt mal. Hier hat gerade die Katze einen Maulwurf gefangen. Tatsächlich. Das ist doch kein Maulwurf. Doch, der gräbt sich wieder ein. Hol ihn raus! Hol ihn raus! Ich kann den jetzt nicht tot machen. Hier hat er gerade wieder angefangen. Der gräbt sich wieder rein. Ich kann den aber nicht. Das musst du erledigen. Ich kann den nicht tot machen. Ich habe es jetzt doch nicht fertig gebracht. Da vergräbt er sich jetzt. Es ist so ein Eimer mit Unkraut drin. Ich habe eine Katze jetzt doch abgenommen. Du hast ihn ja nicht gefressen. Die wollte quälen. Also mit dem spielen. Und das geht nicht. Also wenn sie ihn jetzt sofort tot gemacht hätte. Ich werde ihn jetzt wegbringen. Das ist dieses kleine Vieh. Man sieht hier. Ist für diese ganzen Sachen hier verantwortlich. Für alles hier. Das hier war heute alles aufgegraben. Und jetzt kam er hier wieder raus. Ich habe ihn jetzt hier. Ist eine Wiese. Da kann er sich jetzt auch erstmal ins Gras schlagen. Ich lasse den nämlich jetzt hier raus. Den Maunwurf. Da ist er jetzt. Er hat jetzt natürlich große Angst. Aber hier soweit. Ich decke ihn jetzt zu. Es ist ja erstmal zugedeckt. Und jetzt muss er sich hier durchs Gras schlagen. Und irgendwo neu eingraben. Sich neue Gänge schaffen. So ist das halt. Und er ist auch unverletzt. Die Katze hat ihn da zwar rausgeholt. Aber ich habe zumindest nichts gesehen. Und jetzt muss er hier zusehen. Wie er zurechtkommt. Ja offensichtlich wollte sie den nicht fressen. Entweder kein Hunger. Oder vielleicht schmecken die auch nicht. Ich habe ihn ja dann. Weil sie hätte jetzt mit dem noch weiter gespielt. Und dauernd noch verletzt. Ich habe mal geguckt. Ich habe keine Verletzungen gesehen. Sie hat ihn ja immerhin rausgeholt. Aber vielleicht hat der dicke Pelz es. Ja. Hat vielleicht gebissen. Hat sie wohl noch nicht gemahnt. Sondern sie hat ihn ja mit den Krallen rausgezogen. Aus dem Loch. Ich habe keine Verletzung so sehen können. Das war auch ein sehr kleiner Maulwurf. Es ist auch keine Ruhe eingetreten. Es geht weiter dort. Es werden immer noch Hügel gemacht. Ich nehme an, das sind Junge. Weil eigentlich sind sie ja Einzelgänger, die Maulwürfe. Und wenn da jetzt Junge rauskommen, nehme ich an. Die machen da jetzt weiter. Deswegen sind das auch zumindest zwei müssen es sein. Denn es geht weiter, wie gesagt. Aber vermindert. Also weniger. Also vielleicht ist da wenigstens eine kleine Erleichterung eingetreten. Der dritte Vorfall war wieder einer der traurigen Igelvorfälle, die ich hier ja schon mal beschrieben habe. Ich habe jetzt zwei Jahre Ruhe gehabt. Jetzt habe ich leider wieder ein sehr trauriges Erlebnis mit einem Igel gehabt. Das riecht nach Katzenfutter. Jetzt habe ich die Katze gefüttert. Hat sie dir was übrig gelassen, die Katze? Hat sie nicht, gell? Warum sitzen denn so viele Fliegen an dir dran? Was hast du denn schon wieder? So ist der so zart. Ja, ja. Das ist nicht normal. Was ist denn mit dir los? Das ist voll gut. Hast du schon wieder eine Verletzung? Hast du eine Verletzung am Ohr? Das ist nicht normal hier. Und das ist nicht der Igel, den ich hier immer auf der Wildkamera habe. Ja, der Igel war offensichtlich auch schon blind und taub. Also bei dem Quoll aus den Ohren, ich konnte es nicht genau erkennen, so eine undefinierbare, schwärzliches Quoll da raus aus den Ohren. Und die Augen waren auch verklebt und zu. Der hat mich überhaupt nicht wahrgenommen. Der hat nur noch riechen können und so hat er auch das Futter gefunden. Er war auf der Suche nach Futter. Er war auch sehr abgemagert, finde ich, für die Jahreszeit für den Igel. Ich habe ihn auch nicht wiedergesehen seitdem und ich glaube auch nicht, dass er noch lebt. Wenn ich ihm ein bisschen Erleichterung habe verschaffen können, dadurch, dass er noch mal was gefressen hat, denn das hat er ja. Vielleicht hat es noch mal eine Stärkung. Ich glaube nicht wirklich. Also ich gehe davon aus, dass er gestorben ist. Hier läuft ja immer so ein dicker Igel durch die Gegend, den ich auch auf der Wildkamera mehrfach eingefangen habe. Ich hoffe nicht, dass der das ist, denn der ist so putzmunter und fit. Der rennt hier rum. Ich glaube nicht, dass der so von Fliegenlarven befallen wird. Wenn das jetzt überhaupt Fliegenlarven waren, die in den Ohren und in den Augen waren. Also man weiß ja, dass die Fliegen immer an den Igel drangehen und sobald die schwächeln, sind sie praktisch schon verloren. Da fallen die Fliegen über sie her, legen Eier und dann werden die bei lebendigem Leib aufgefressen. Das ist ein echter Schicksal von Igeln, ganz abgesehen vom Menschen, der sie noch tot fährt und andere Verletzungen. Also das hat ja mit den Menschen nichts zu tun. Ich denke mir, Igel hatten es schon immer schwer. Und trotzdem gibt es sie immer noch und sie vermehren sich auch sehr stark. Das ist wohl das, woran es liegt. Es sollen ja auch immer nur pro Generation und pro Pärchen zwei Igel eigentlich überleben, damit die Population nicht so sehr wächst. Außer sie werden noch totgefahren. Vielleicht sollten es mittlerweile ein paar mehr sein. Ja, so ist das. Ich zeige jetzt nochmal diesen dicken Igel, der hier durch die Gegend rennt. Ich habe jetzt mehrere Tage die Bildkamera nicht mehr gesichtet. Die schaue ich mir heute Abend auch nochmal an, ob ich den dicken Igel nochmal drauf sehe. Und habe den auch nochmal in die Kogeltränke gestellt. Mal gucken, ob es da Interessantes gibt. Aber ich sehe im Moment eigentlich kaum Vögel an der Kogeltränke, erstaunlicherweise. Hat vielleicht auch was mit der Katze zu tun, leider. Naja, man kann nicht alles haben. Mal gucken, ob es da Interessantes gibt. Mal gucken, ob es da Interessantes gibt. Mal gucken, ob es da Interessantes gibt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020